In Memoriam Benji Gregory Die Welt der 80er-Jahre-Sitcoms und die Herzen vieler Fans trauern um Benji Gregory, der am 13. Juni 2024 im Alter von nur 46 Jahren verstorben ist. Gregory war vor allem für seine Rolle als Brian Tanner in der beliebten Serie ALF bekannt, die von 1986 bis 1990 im Fernsehen lief. Gregory wurde 1978 geboren und schlüpfte bereits im zarten Alter von sieben Jahren in die Rolle des Brian, der in der Serie zum besten Freund des außerirdischen pelzigen Besuchers ALF wird. Mit seinem natürlichen Charme und seiner unschuldigen Art eroberte er die Herzen der Zuschauer weltweit und wurde zum Kinderstar. ALF avancierte zu einem Riesenerfolg und machte Gregory über Nacht berühmt. Doch der plötzliche Ruhm und der Druck des Showbusiness hinterließen ihre Spuren. Nach dem Ende der Serie im Jahr 1990 zog sich Gregory weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Er kämpfte mit Depressionen und einer bipolaren Störung, wie seine Schwester Rebecca kürzlich gegenüber TMZ bestätigte. Gregory versuchte nach ALF auch in anderen Film- und Fernsehproduktionen Fuß zu fassen, konnte jedoch nicht an seinen früheren Erfolg anknüpfen. 1996 trat er der US-Marine bei, wo er bis 2000 Dienst leistete. In den letzten Jahren lebte Gregory zurückgezogen in Peoria, Arizona. Er litt weiterhin unter seinen psychischen Problemen und die Umstände seines Todes sind noch unklar. Benji Gregoris Tod ist ein großer Verlust für die Welt der Unterhaltung und für die vielen Fans, die ihn durch seine Rolle in ALF in ihr Herz geschlossen haben. Er wird als liebenswerter und talentierter junger Mann in Erinnerung bleiben, der uns viele schöne Momente mit ALF beschert hat. Ruhe in Frieden Benji Gregory Benji Gregory Benji Gregoris Benji Gregory Vielen Dank.